Hast du mal diese Serie gesehen, Cubs? Ich hab sie mal gesehen, da war dieser Bulle und der erzählte von dieser Schießerei, die er mit einem Kerl in einem Hausflur hatte. Der Bulle war unbewaffnet, aber ihm ist nichts passiert. Der Gangster traf nicht. Okay, da waren nur die beiden. Ich meine, weißt du, es ist abgefahren, aber es kommt vor. Okay, wenn du blindermann spielen willst, geh mit dem Schäfer und spazieren, aber meine Augen sind verdammt offen. Was soll denn da schon wieder? Ich meine, dass für mich Schluss ist. Von heute an werde ich mich für immer zur Ruhe setzen. Großer Gott. Lässt er nicht. Gott verdammt nochmal, Julius. Ich hab gesagt, du sollst das lassen. Hey, weißt du, warum du auf einmal so abgedreht bist? Pass auf, ich werde Marcellus heute noch sagen, ich bin raus. Dann würde ich ihm aber auch gleich noch sagen, wieso. Keine Angst, das werde ich. Ich wette mit dir um 10.000 Dollar, dass er sich den Arsch ablacht. Das kümmert mich an den Dreck. Marvin, was hältst du von dieser Geschichte? Mann, dazu hab ich echt keine Meinung. Jeder hat doch eine Meinung dazu. Ich meine, glaubst du, dass Gott vom Himmel runtergeklettert ist, um die Kugel auf... Oh Mann, was soll denn diese verdammte Scheinerei? Oh Mann, ich hab Marvin ins Gesicht geschossen. Warum tust du denn sowas? Ich war nicht Absicht, war ein Unfall. Ich hab ne Menge verrückter Scheiße in meiner Zeit gesehen, aber... Hör dich ab, Mann, ich hab dir gesagt, es war ein Unfall. Du bist wahrscheinlich über einen Huppel gefahren, was weiß ich. Hey, hey, ich bin über keinen verdammten Huppel gefahren. Ich war so, Mann, ich wollte diesen Penner nicht erschießen. Die Kanone ging los, ich weiß nicht wieso. Zieh dir diesen verdammten Schlamassl an. Wir fahren hier am helllichten Tag, mitten durch die Stadt. Ich glaub das einfach nicht, Mann. Glaub es besser, du Wichser, wir müssen diesen Wagen von der Straße schaffen. Weißt du, die Bullen werden misstrauisch, wenn du in einem Auto fährst, das Proflug triebt. Wir stellen ihn irgendwo bei irgendwelchen Freunden unter, das ist alles... Wir sind hier in Verley, Vincent, Marcellus hat nun mal keine Freunde in Verley. Aber ich kenn mich in dieser Scheißstadt nicht mehr aus, Mann! Verflucht! Was tust du da? Ich ruf meinen Partner in Toluca Lake an. Wo ist Toluca Lake? Auf der anderen Seite des Hüges bei dem Burbank-Studio. Ich ruf meinen Partner in Toluca Lake an.